Sag mir die Wahrheit, Sie. Stört es dich, wenn Albert mit mir schläft? Gefällt es Ihnen, mit ihm zu schlafen? Also, wenn ich ehrlich bin, ich liebe es. Du nicht? Nein. Nein, meistens verhalte ich mich so, als wenn ich gar nicht da wäre. Er kriegt es überhaupt nicht mit. Er fragt nie, was ich empfinde. Er fragt nie, was mich angeht. Er steigt auf mich drauf und verrichtet sein Geschäft. Verrichtet sein Geschäft? Verrichtet... Aber Miss Silly, du sagst das so, als würde er dich als Klo benutzen. Genau so komme ich mir auch vor. Ich bin wieder da! Ja, ich bin wieder da! Dieser Gestank, auch schweißen Speere, ist wieder da! Und auch Negotin und Pettenfleisch! Seine Magen bitter, fressen keine Leid! Sie kann gelaufen werden, und da hilft mir auch kein Neid! Und dann könnte sie auch tot sein, das wäre scheißegal! Sie kann gelaufen werden, und da hilft mir auch kein Neid! Sie kann die Welt verschließen, weg immer wieder ein! Da zieht die Bauern hoch, da kommt keiner mehr rein! Und gehen auf, gehen auf, gehen auf, gehen auf, gehen auf, gehen auf! Und dann könnte sie auch tot sein, das wäre scheißegal! Und dann könnte sie auch tot sein, das wäre scheißegal! Und das wird klingt, das wird bald größer! Aber ihr wird mir gar nicht breiter! Und jeden Abend kommt daheim! Und es geht weiter, immer weiter! Immer weiter, immer weiter, immer weiter Sie können das mit, und da ist ja auch kein Nein Und da können wir sie auch top sein, ist ja schein zu gern Und da können wir sie auch top sein